Willkommen zu einem neuen Horror-Game. Das habe ich gesehen und ich fand es extrem cool. Es heißt Noctambulant. Wir hören hier irgendwas Gruseliges im Hintergrund knacken. Ich würde sagen, lass kacken und reingehen. Entschuldigung, da war schlecht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne weitere Games in die Kommentare und ein Abo würde mich sehr freuen. Und wenn gerade live dabei, die sagen euch alle ganz süß hallo. Kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv Und dann gehen wir rein in Noctambulant. Ich habe Angst und ich würde sagen, let's go. Oh Gott, schrecklich. Das kann ja nur fürchterlich werden. Play. Es ist übrigens so ein Game wie das mit der Ex, dieses 2D-artige. Ich liebe solche Games. So. Mein Name ist René. Meine Eltern haben keine Augen. Ich habe mit Mama und Papa glücklich zusammengelebt. Ich liebe Spielzeuge. Alle Art von Spielzeugen. Auf meinem Geburtstag hat mir Mama eine Puppe gemacht. Ich umarme sie jede Nacht, um einzuschlafen. Ich liebe diese Puppe so sehr. Ich hoffe, das macht ihr dann mit dem Gnu auch, wenn es das gibt. Und ich liebe Mama und Papa so sehr. Oh oh, das wird bestimmt traurig ausgehen. Aber etwas ist passiert. Etwas sehr, sehr Schlimmes. Am selben Tag. Oh nein, there was... What they call... Oh Gott. Am nächsten Tag gab es, was sie nennen... Also gab es etwas, das sie eine Beerdigung nennen. Oh oh. Die einzige Person auf der Beerdigung war eine alte Frau, die kam. Aber von wessen Beerdigung auf einmal? Sie sagte, sie war meine Oma, meine... Und dass meine Mama und mein Papa gestorben sind. Grandma said that I had to move in... Oh, Grandma hat gesagt, dass ich jetzt in ihr Haus ziehen muss. And we were on a car in their house right after the funeral. Und wir gingen in ihr Auto direkt zu ihrem Haus nach der Beerdigung. Ach, meine Eltern sind gestorben. Ich hatte immer... Ich hatte nur noch die Puppe mit mir. Ich habe sonst alles verloren. Oh, das ist wie bei meiner Mama. Meine Mama hatte auch so... Bei meiner Mama war es genauso. Mama und Papa waren weg. Hm, das fängt schon so schlimm an. Großmutters Haus war groß. Ich habe neue Kleidung bekommen, ganz viel Spielzeug und Puppen. In meinem eigenen Puppenzimmer. Alles, was ich davor nicht haben konnte, habe ich jetzt. Und es ist jetzt schon sechs Monate her. Oh, das ist süß. Hast du keine Angst, kleiner Engel? Bald werde ich deine Flügel finden. Dann wirst du wieder fliegen können. Oh, no. René! Es ist sieben Uhrzeit zu schlafen. Oh Gott, wenn ihr um sieben Uhr schlafen gebt, würdet ihr meine Dinger gar nicht mitbekommen. Ich würde auch mal kurz meine Kamera auf die andere Seite packen, weil ich sehe hier gerade etwas, was für euch sehr interessant wird. Was mir sehr Angst macht, dass ich es sehe. Hier, bitteschön. Da ist was ganz, ganz gruseliges. Hier. Seht ihr das? Seht ihr die Puppe da links? Okay. Nimm deine, deine Spielzeug und komm in deinen Raum. Ja, Mama. Äh, Großmutter, Oma. Oh Gott. Every day, grandma makes me go to bed. Jedes Mal möchte meine Oma, dass ich noch früher ins Bett gehe. Und sie sperrt die Tür zu. Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich will sie mich für irgendwas beschützen, oder? Ist doch immer so. Okay. I'm scared. Ist es okay, scared zu sein? Okay, also, ah, hier kann ich mich bewegen. Und auf A, D. Und was war noch auf E? Oh Gott, da ist noch diese Grusel. Ich sehe es genau. Da ist die Puppe. Ich sehe, ich schaue sie an. Sie ist da. I know it. Kann ich auch irgendwas... Habe ich gerade... Was kann man machen? Man kann nur V, A, S, D machen. Ah. Hä? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Okay. Du wirst immer geliebt sein und geliebt werden. Oh, meine Eltern. Ist das schon wieder ein Traum? Ich kann nicht schlafen. Jetzt, wo ich daran denke, habe ich kein Geräusch gehört, das immer die Tür verschlossen hat. Das heißt, Oma hat die Tür vergessen, zuzusperren. Grandma hustet zur Zeit sehr, sehr stark. Ist vielleicht... Geht das Grandma vielleicht schlecht? Ich spiele es wie ein Unfall. Ich will nicht hinschauen, aber ich muss. Und das ist einfach so süß gemacht. René's Bedroom. Oh, ich checke immer, ob die Tür jetzt zu ist. Vielleicht kann ich ja doch zurück zum Puppenzimmer. Das solltest du nicht machen, mein kleines dummes Kind. So, also M. Gibt es eine Map? Hold Space under the object... Nein, ich kann mich verstecken. To interact. Nein, ich kann mich verstecken. Schrecklich. Warum? Oh Gott. Ich kann mich verstecken. Grausig. Oh oh. Oh oh. Okay, Stiftchen. René's kleine Stifte. Ihre Mutter hat sie immer benutzt, um mit ihr zu zeichnen, als sie nach Hause kam. Ähm, René hat ihre Mutter gesagt, dass sie gerne zeichnen würde mit ihr. It is now one of the activities she loved. Das macht sie jetzt quasi auch ganz gerne draußen. Hm, Mama hat es immer gemocht, mit mir zu malen. Map. René's Bedroom. Oh Gott. Okay, let's go. Spiel gefällt mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen, von dem Stil. I love it. So, die Tür ist wahrscheinlich... Muss ich da eigentlich draufklicken, um zu öffnen? Nee. Options. Controls. Movement. Enter Doors. Up. Ah, okay. Hide. Mit Items. Auch Space. Ah, okay. Ich kann mich verstecken, indem ich Hold Space mache. Das ist gut zu wissen. Kann ich mich unter dem Bett verstecken, indem ich gedrückt halte? Okay. Also gehen wir mal raus. All the way. Okay, Oma hat wirklich vergessen, die Tür zuzumachen. Someone's Bedroom. Irgendjemand sein Bedroom? Ist aber weird. Eine, äh, lila eine Flasche. Kann ich die nicht mitnehmen? Wieso kann ich... Ach, hier unter dem Licht kann ich mich immer verstecken. Oh, das ist ja gruselig. Oh no, man. Oh no, 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 no. Brennen kann ich, glaube ich, nicht. Das ist schon mal auch gut. Da schläfst du. Random's Bedroom. Okay. Oh Gott. René? Was kann der Oma nur so spät machen? Oh Gott, ich gehe da noch nicht rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich Squid Game. Was ist das für ein Flur? Hat der Grand mal was fallen lassen? Ein Opfer für die drei Puppen. Zwei, äh, two drops of blue, one drop of red, two drops of purple, two drops of yellow. Wahrscheinlich die Flasche. Then give the big shelf in the living room a knock. Oh Gott, wie gruselig. Dann soll ich am großen Schrank im Wohnzimmer einen Klopfen geben. Ähm, ich hole mal kurz die, ich glaube, ich muss die Lila eine, ähm, Flasche holen. Oh, das Spiel wird geil, Leute, ich sag's euch. Das wird ein geiles Game. Ich will mehr solche Games spielen, empfehlt mir das sofort. So, ich nehme mal kurz die Flasche mit. Ich glaube, die brauchen wir. Nee, ich kann sie noch nicht mitnehmen. Wir merken's uns, wir merken's uns. Ihr merkt's euch. Okay. Weiter geht's hier wahrscheinlich nicht. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Was für ein weirdes Zimmer hier. Ah, hier muss ich dann... Ach, du Scheiße. Es ist nicht sicher jetzt. Soll ich da hingehen? Vor allem bin ich ja bestimmt vor... Oh. Packy? Oh! A wooden toy resembling a lovebird. Oh Gott, ich geh jetzt. Oh Gott, Hilfe! Ah! Die kommt mir hinterher. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Oh Gott, die kommt mir hinterher. Oh mein Gott, die kommt mir hinterher. Hilfe, 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 Hilfe! 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 Oh Gott, nein, bitte. Ich packe das nicht, sowas. Ich hasse sowas. Kann ich jetzt raus, oder läuft die da? Jetzt kommt die jetzt nochmal rein. Scheiße, die läuft da jetzt rum, ne? Aber hier war doch irgendwas. Ähm, Mami used to read these... Äh, Entschuldigung, bevor... Ah, Mut, Mama hat diese Bücher immer vor Schlafen gehen gelesen. Mhm, choose a book to read. Book of Colored Spirits. Es war einmal vor langer Zeit, da... There lived a sorcerer. Also quasi, wie sagt, es heißt immer sorcerer, übersetzt man. Jemand, der sourced halt. Also es war quasi ein, äh, ungewöhnlicher, äh, ein, ein, äh, praktizierte mit ungewöhnlicher, dunkler Magie. Und alle Menschen im Dorf mieten ihn, weil sie Angst haben. Deswegen war er sehr einsam. Ein Hexer, genau, ein Hexer war es. Book of the Three, das ist was... Das ist das mit diesen Farben. Ähm, das Kurio... Die drei kuriosen, seltsamen Curious ist doch eigentlich neugierigen Mädels. Lala, Lulu und Lily haben sich entschieden, ähm, to leave their homes to go. Okay, die haben quasi jetzt zu Hause verlassen, um einen mysteriösen, pinken Berg zu erklimmen. Der, äh, Berg... Der Weg zum Berg nach oben war sehr spaßig. Die drei guten Freunde, nebeneinander, quatschten laut, ähm, through the twisted and turning of the road. Ja, sie freuten sich, als er mit der road erklimmt. Right before sunset, a big fog, and... Also kurz bevor die Sonne unterging, äh, tauchte plötzlich ein dichter Nebel auf. Die Bäume im Wald... And they could hardly... And the trees in the forest. Alles wurde quasi, äh, viel dicker. Auch die, die, die Wälder und die, äh, Bäume haben sich alles verdickt, dass man nicht mehr so weit gesehen, äh, sehen konnte. Und es wurde schwer, irgendetwas zu sehen. Okay, was mach ich denn jetzt eigentlich, wenn diese komische Troller kommt? Da ist doch nochmal so ein Ding. Was ist denn das? A wooden toy resembling, but a love bird with that looks like a cut on the side. Made it unique. But the question is, what the scar given will receive. Aber ich brauch's jetzt noch nicht, ne? Und hier ist meine Puppe. The doll was given from me, ist alles an meine Mutter. Die Wicks muss ich finden. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, hier kann ich mich verstecken. A custom made doll that looks like Remy. Oh, ist eine Puppe, die aussieht wie ich. Hier kann ich mich immer verstecken. Aber hab ich nicht eigentlich auch die Möglichkeit, bei Controls irgendwas einzupacken? Enter doors, hide, idle. Ne, ich kann nichts einpacken. Ich muss... Ich kann nichts einpacken? Interessant. Okay. Geh mal hier rein. Dining room. Okay. Und... Oh, die Puppen sind ja gruselig da oben. So, hier geht's auch noch ne Tür. Hier ist auch noch irgendwas. Was ist das hier? Nichts. Wir gehen mal hier rein. Living room. Oben living room war ja auch was. Wir gehen aber jetzt nochmal kurz nach hinten, weil living room mussten wir doch irgendwo gegen klopfen, damit irgendwas passiert. Wie findet ihr das Game bis jetzt? Ich find's geil. Was ist das hier? Kitchen. Kitchen könnte vielleicht auch interessant sein. Oh, ich hab was genommen. Aber was? Boah, es ist hier riesig. Okay, den Becher hab ich. Oh, jetzt. Okay. Geil, da hab ich jetzt... Das ist doch jetzt die Yellowflasche, ne? Oh shit, das war zu viel. Oh Mist, 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 Mist. Ich darf da nur die, was sie gesagt hat, reinmachen. Ah. Müssen wir mal den Becher holen. Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott, die kommt schon wieder. Oh nein. Wohin? Scheiße, hier ist die Blue Bottle. Oh, wenn sie jetzt hier reinkommt, bin ich tot. Okay. Hier müssen zwei... Also von Blau zwei und von Grün... Von Lila waren's auch zwei. Oder von Gelb zwei und Blau zwei, ne? Kann ich da jetzt rein oder nicht? Ich hab Angst. Oh Gott, ich hab so Angst. Ich hasse das Spiel. So, jetzt. Okay. Ich glaube, Blau war's... Oh Gott, da kommt sie jetzt. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Es ist so unfassbar gruselig. Scheiße. Ich muss erst mal abhauen. Ich find doch nie wieder zurück, Mann. Kacke. Ich find nie wieder zurück. Ich muss erst mal weg von der. Hier ist dann die Blaue. Also. Wo war denn nochmal dieses Rätsel? Oh Gott, sie guckt schon wieder rein. Ich hasse sie. Also, wir merken uns mal kurz die Notiz. Wo steht denn die Notiz nochmal? Die war doch hier. Wieso kann ich die nicht nochmal lesen? Kann ich die Notiz nicht nochmal lesen? Scheiße, was stand denn auf der Notiz? Ah, hier. Zwei Drops of Blue. Eine of Red. Zwei Purple. Okay, also alles zweimal außer Rot. Also, let's go, Leute. Wir schaffen das. Angst vor der. Die ist kacke. Kann ich mich eigentlich mit meiner... Kann ich mich mit meinem... Döschen überhaupt verstecken vor der? Oder wie sieht's aus? Weiß es gar nicht. So, hier waren zwei. Eins, zwei. So, zweimal. Schnell hier lang gehen. Auch nochmal zwei. Eins, zwei. Bisschen Angst. Bitte komm nicht, bitte komm nicht, bitte komm nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mich hier verstecken kann. War hier Rot oder... Oh nein, sie kommt schon wieder. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, Leute. Ah, wo soll ich mich verstecken? Ich kann mich nicht verstecken. Bitte komm hier nicht rein. Bitte geh. Kann ich jetzt gehen, oder? Oh Gott, die guckt da rein. Habt ihr... Oh Gott, da kann ich ja abhauen, ne? Die guckt da rein, da kann ich abhauen. Oh Gott, wie gruselig ist die denn? Oh Scheiße, jetzt hat sie mich, oder? Oh, die hat da reingelinzt. Habt ihr es gesehen? Wie eklig. So. Wo sind die kackrote Flasche? Hier war ich noch nicht, ne? Oh, da oben. Eine war Rot, ne? Eine. Kann ich nicht schnell hierhin verpieseln. Kann schnell hierhin mich verpieseln. Kann schnell hier mich verpieseln. Und dann waren noch zwei. Zwei. Warte, let's go. Oh fuck, war das nochmal hier, oder? War das hier? Ja, zwei, ne? Eins, zwei. So. Oh, jetzt kommt sie, ne? Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Und jetzt, wo muss ich hin? Jetzt muss ich doch ins Wohnzimmer, oder? Was war das nochmal? Jetzt muss ich nochmal ins Wohnzimmer und irgendeine Tür klopfen, oder? Oh, die chillt da noch. Die sind gefährlich noch. Ich bleib nochmal hier. Die ist hier noch. Ey. Diese Kackgruppe, ne? Ich hätte die eigentlich nicht berühren sollen. War das nicht Wohnzimmerschrank? Oh Gott. Ich hab Angst. Ah! Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, okay, okay. Oh Gott, jetzt kommt sie nochmal rein, ne? Ah! Bitte geh einfach nur! Oh Scheiße. Oh. Oh. Wir sind am Arsch! Kann ich jetzt raus, oder? Wann? Oh Gott. Oh. Ätzend, 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 ätzend. Hier, ne? Hier, oder? Hier, hier. Das war falsch! War das? Aber hier sollte ich's doch hinbringen! Oh nein. Zwei von dem blauen. Ich muss wahrscheinlich die richtige Reihenfolge machen, ne? Scheiße, da muss ich erst zurück. Na, ich hab die falsche Reihenfolge wahrscheinlich genommen. Oh nein. Oh nein. Kann ich bitte auch mal rennen? Hier war ich auch noch nicht. Hier war ich tatsächlich auch noch nicht. Bathroom. Hier kann ich mich auf jeden Fall verstecken. Mal gucken, ob's hier kommt. Ah, ich muss sie in der richtigen Reihenfolge machen. Oh Gott. Ah, ist eigentlich gar nicht schlecht. Oh Gott, das hat die mich echt verfolgt, die dumme Sau, ne? Was lohnt sie da rein? Alles wirklich grausig gemacht, ne? Dumme Kuh. Nett, dass sie mir wieder die Tür schließt. Was hab ich für ein Klodeckel? Naja, lassen wir das. Okay. Ne, ich glaub, das muss nach der Reihenfolge hier passieren. Hier. Two drops of glue, one drop of red, two drops of purple, one of red. Then give the big shelf in the living room a knock. The big shelf in the living room. Aber es war ja gar nicht die living room. Ich mach's jetzt einfach mal nach der Reihenfolge. Oh. Nicht gut. Wurden gesehen. Nicht gut. Ich glaub nicht, dass nach der Reihenfolge sein muss, oder? Weiß, wo blau ist, aber ich kann grad nicht weg, weil die mich verfolgt. Hier ist blau, ne? Also blau, eins, zwei. So, das ist das erste. Two blue. Einen roten. Einen roten. Wo war rot nochmal? Rot war doch hier irgendwo, oder? Wo war rot nochmal? Hier. Irgendwo. Da war rot. Rot. Dann brauchen wir jetzt aber lila. Bitte geh einfach weg. Ich möchte einfach nur diesen Tropfen hier reinmachen. Oh, er leckt mich am Arsch. Ähm, ja. Das lief jetzt ja nicht so gut. Oh, Gott. Pain. Oh. Blöde Kuh. So, dann zwei. So, und jetzt noch gelb. Da muss ich nochmal ganz zurück jetzt für gelb. Gelb muss nochmal ganz zurück. So, gelb war hier. Was, der Wisch? Das war knapp, ey. So, gelb war hier. Oh, Gott. Stimmt, die sieht ja nichts, ne? Nur wenn sie ihren Kopf umdreht. Voll der gute Punkt. Hier war jetzt gelb. So, und gelb war auch nochmal zwei, ne? Mal kurz gucken. Rob, ja. Eins, zwei. So, jetzt hab ich gelb. Und dann steht, denn... Oh, Gott. Scheiße. Then give the big shelf in the living room a knock. Und dann muss ich den großen shelf einen knock geben. Was kamen die denn jetzt hier rein, um mich zu kontrollieren? Aber wo ist denn der living room? Kitchen? Living room. Ich muss in den living room. Aber er sagt, ich muss das alles... Aber er sagt, ich muss das alles... Oh, Gott, scheiße. Jetzt hat sie mich gesehen. Oh, nein. Da, wo rot war, ist der living room. Kommt jetzt nochmal zum Gucken. Also, ich muss es aber unter die Puppen stellen, glaube ich. Selfie ist die Mutter. Das Monster sieht schon ähnlich aus, ne? Kommt die jetzt nochmal, oder? Ich kann die Lichtschalter leider nicht anmachen, hätte ich schon probiert. Bitte, 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 geh weg. So, ich muss es jetzt hier hinstellen, okay? Nein, das geht nicht. Okay, das war sie. Also, hier geht es weiter. Ihr hattet recht, ich habe es nicht gesehen. The Sorcerer used his powers to create five colored spirits. The blue, the yellow, the red, the purple and the green. They filled his dull and lonely life with color and he was more joyful again. But there was a group of royalty in the country. They were no smarter than anyone but help with their noises, high and snobbish. They feared the power of dark magic that it would take away their portions. And so they sent many guards to patrol the village. Anyone caught with your suit of magic. Upon hearing the news, the sorcerer was shocked. But most of all, he worried of the colored spirits he had grown close with him. Here, in a panic state, he created five color bottles and hurriedly placed them into different bottles. The blue spirit into the red. Oh man, the blue spirit into the red. The yellow spirit into the green. The red spirit into the yellow. The purple spirit into the blue. And the green spirit into the purple. Da haben wir es. Also, das fotografiere ich mir jetzt aber ab. Wir hätten lesen müssen. Ich hätte lesen müssen. Ich wusste nicht, dass da weiter geht, verdammt. Okay. So, dann fotografieren wir das mal ab. Aber waren das überhaupt so viele Fläschchen? Ich habe tatsächlich einfach nur eine gesehen, oder? So, gelb war hier. Einmal gelb. Zweimal blau. Blau ist ja hier, ne? Da irre ich mich nicht. Das ist nicht lila. Das ist blau. So. Blau. Eins, zwei. Und jetzt noch zurück in mein Zimmer und dann geht's. So, zurück ins Spiegelzimmer. Ab ins Spiegelzimmer. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Da muss ich jetzt ganz zurück. Oh, das war nicht gut. Verdammt, lass mich in Ruhe, Mann. Steck mich jetzt einfach hier. Ne, das war nicht lila, das war blau. Lila steht im, äh, Zimmer der Oma. Kommt irgendwie nicht, ne? So, let's go. Dann gehen wir jetzt in mein Zimmer. Machen zweimal die Schaffe. So, Alter, dieser Raum ist so furchtbar. Eins, zwei, so. Und jetzt müsste es gehen. Oh. Ist das gemein. Kommt die da jetzt einfach rein, spontan? Okay, lassen wir sie mal ganz weit weg gehen. Was ist das für ein furchtbarer Raum? Ich muss es einfach nochmal highlighten. Was? Du kannst dich auch im Zimmer mit der komischen Tür verstecken. Die ist da jetzt gerade reingelaufen. Ich würde jetzt gleich wieder ihren Schädel umdrehen. Warten kurz mal, ob die kommt. Oh, okay. Kannst du bitte gehen? Okay. Dann gehen wir nochmal kurz ins Verstecken. So, ich hoffe, die macht jetzt nicht die Tür auf. Oh Gott, ich hasse es so sehr. So, jetzt müssen wir das da hinstellen, wo die Puppen waren. Und ich hoffe, es geht. Muss ich wirklich Rampage machen. Ich hoffe, ich habe jetzt Blau und Lila nicht vertauscht. Bitte, 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 bitte. Bitte. Ja. So, und jetzt? Muss ich jetzt mit den Puppen machen? Kann ich dir irgendwie... Ah, die haben doch gesagt, wie die gucken, ne? Verdammt, die eine hat doch da geschaut, die andere so. Irgendwie haben doch die alle irgendwie komisch geguckt. Was war denn das nochmal? Kommt aber jetzt nicht, während ich das hier mache, oder? Rechts, links, geradeaus. Und dann? Kommt da nicht irgendwie ein Klick? Oder kann ich jetzt einfach nocken gehen? Ich kenne mal, ob ich einfach nocken gehen kann. Knock. Oh. Oh mein Gott. René. Warum ist da eine gefallene Passage im Haus? Oh mein Gott. Oh nein. Don't say it. Oh Gott. Oh nein. Das wird immer schlimmer. Basement Map. Oh Gott. Was? Okay, also müssen sie es merken. Ähm. Die Mitte... Sind es die, wie die hinführen? Und wie ich da hinkomme? Das fotografiere ich mir aber ab. Das kann ich mir nicht merken, ey. Das ist, glaube ich, wie ich zu den Maps komme. Beziehungsweise, wie ich... Ähm... Das ist quasi... Ich glaube, durch die Räume weiß ich, in welchen Raum ich wie reinkomme. Und das muss wahrscheinlich alles ganz schnell gehen. Denke ich mal. Das heißt, ich muss mir eigentlich die Räume merken. Und ich kann von der 1 in die 2. Von der 2 kann ich die 3. Ich kann aber auch von der 2 in die 4. Und ich kann auch von der 3 in die 5. Äh, ich glaube, dass das tatsächlich wichtig ist zu wissen. Weil wir wahrscheinlich gleich vor irgendeiner Hand abhauen müssen. Deswegen werde ich mir diese Karte kurz im Discord schicken. Damit ich ein bisschen Überlebenszeit habe. So. Wenn das denn geht. Speichert das Spiel eigentlich auch? Oh, Messi. Okay. Gut. Gibt es hier Feines so? Feines, Feines? Handmirror. Ein schöner Spiegel. Okay. Ich mag Spiegel nicht. Ja, das glaube ich. Okay. Ach du Scheiße. Ah! Ach, die bringt mich zurück. Ach so. Die bringt mich zurück. Das heißt, ich muss mich hier jetzt beeilen. Oh. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja ultra spooky. Oh, die kriege ich gar nicht mehr auf jetzt. Oh, das ist aber blöd. Das ist so eklig. Aber die ist jetzt ja zu. Ich will die wieder aufhaben. Kann sie wieder aufgehen? Scheiße. Ich glaube, ich habe Kacke gemacht. Ich gehe sonst mal nochmal in die hier rein. Die ist jetzt wieder auf. So, jetzt ist die auch wieder auf. Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Oder hier ist wieder eine Karte. Und wo bin ich jetzt? Kann ich glaube ich hier... Oh Gott. Äh, heute leider geschlossen, aber wirklich. Ich nix checken. Ich nicht wissen, wohin. Geht jetzt auf. Da war ich vorhin schon. Jetzt gehe ich mal hier rein. Und nochmal hier rein. Und dann komme ich wieder hierher. Gehe ich mal hier rein. Oh. Das ist, glaube ich, der böse Raum, oder? Okay, hier ist irgendein komischer Code. Ähm, Gnun-Codes. Ja, interessant. Ich muss mal kurz das zurück hier machen. Was gibt es hier sonst noch so? Nichts. Also hier werden die Puppen gemacht, oder? Eins. Ah, da muss ich wahrscheinlich draufklicken. Okay, es ist ein Code. Oh, okay. Ich muss also die Dinger drücken, ne? Eins. Zwei, zwei. Drei. Dann kommt... Das. 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 Dann kommt der. Zwei, zwei. Der. Der nach unten. Der. Der. Und der. Oh. Ein Buch. Das Buch der Erwachenden. Kapitel 2. Das ist diese Puppe, ne? Die Verfluchten, quasi Besessenen. Oft im Desenningen Objekt. Also quasi diese Besessenen oder diese Geister sind oft in Objekten, die der Familie gehören und sind dazu verflucht, in der Nacht um Erd zu laufen, um quasi die Bewohner des Hauses zu schützen. If an outsider is seen in possessions of anything that belongs to the family or have invaded into the premises, I will do whatever means to remove them. Ach so, ich bin quasi bei der Oma, jetzt ein Eindringling. Deswegen sperrt die nämlich, weil die oben, ich bin ja für die Puppe ein fremder Mensch. Ich bin ja erst seit einem halben Jahr dazugekommen, seitdem meine Familie gestorben ist. Das heißt, für die Puppe bin ich ein Eindringling, deswegen schickt die mich immer früher ins Bett, damit ich nicht rumlaufe und die Puppe mich bekommt, weil die Puppe den Auftrag hat, mich zu töten. A few case studies have been collected in relation to noctumbo-led spirits. A huge chunk of the section are descriptions of the case. studies. Das Book. Warum ist es hier? Da ist etwas anderes in der Box. Ein diamantgeformter Charm. Es ist mit mysteriösen, unlesbaren Schriften und einem spezifischen Pattern versehen. Ach, dieser Charm und dieses Buch. Das habe ich schon mal gesehen. Das Buch war in den Schriften meiner Mutter im Raum. Und diesen Charm hat sie bereits schon auf einem Buch, war auf einem Buch illustriert. Ich möchte mich daran nicht mehr erinnern. Also möchte die Puppe mich jetzt nur beschützen oder töten? From what is written in the book, Becky is possessed by something to protect his family. Also die Becky ist quasi dafür da, um die Familie zu beschützen, aber will die Puppe nicht vielleicht die Familie vor mir schützen? And that they go after outsiders. Deswegen geht sie nach outsiders. That's only the second part. Das ist der zweite Part. Wo ist der zweite Part? Vielleicht weiß das Oma. Nach allem hat sie sicherlich irgendwo noch einen versteckt. Maybe I can find... Vielleicht kann ich mehr in Omas Raum finden. Oh Gott. Also ist es jetzt so, dass die Puppe mich beschützen will oder will die Puppe mich umbringen? Weil sie mich als Eindringling sieht. Weil ich jetzt der Bösewicht bin oder will sie mich beschützen? Ich glaube nicht, dass sie mich beschützen will. Das kann mir doch keiner erzählen. Oder die Oma ist nicht meine Oma und ich gehöre gar nicht zur Familie. So. Ist doch komisch. Hm. Vielleicht hat sie mich adoptiert. Vielleicht finden wir das so raus. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Puppe mich protecten will. Seien wir doch mal ehrlich. Also eine Puppe, die einen protecten will, die verhält sich nicht so. Kommt die da jetzt lang oder nicht? Genau, sie will mich töten, da ich der Puppe fremd bin. Das heißt, sie sieht mich nicht als ein Teil der Familie an. Vielleicht bin ich ja adoptiert und vielleicht bin ich ja das Problem, warum meine Familie gestorben ist, weil auf mir ein Fluch lastet oder sowas. Deswegen hat die Oma mich auch eingesperrt. Weil sie nicht wollte, dass mir was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Kommt doch bestimmt gleich rein. Wo ist denn der Oma, ihr Schlafzimmer? Wo ist denn der Oma, ihr Schlafzimmer? Ich habe so 10.000 Zimmer und die Oma hat nicht mehr eins. Oh, da dampft es. Da war ich noch nicht drin. Da ist es 100%. Oh, ein starker Schmellessergeruch. Es riecht so, als wäre Oma immer hier gewesen. Ich muss ruhig und leise sein und darf sie nicht wecken. Stampf, Stampf, Stampf. Oh, Kapitel 1. Creation of a Voodoo Doll. Oh, sie hat eine Voodoo-Puppe gemacht. Doll. Das ist bestimmt meine Mutter, die bestimmt versucht, ihre Tochter wiederzubeleben. Oh je. Voodoo requires a body for the spirit to return to and a human medium to act as a pathway for the spirit, that spirit to return back to the human realm. Also quasi man muss diesen körperlichen Geist mit etwas, an dem der Geist auch hängt, wieder attachen zusammenbringen, to direct the spirit's memory to it, damit die Erinnerungen von dem Spirit auch an diesen Gegenstand haften bleiben. From a few case studies, it is also noted, that the one brought back to life ever are never truly the same again. Also die, die zum Leben kommen, sind nie mehr die gleichen. The act of Voodoo is considered to be scarletious. Even in the world of dark arts, the medium acting as the pathway of the death to pass through the realms, give up their own pathway out of the humanity realm after death. As a result, the medium will be trapped forever, receding in an earthly object bound to serve the family day. Okay, also ich glaube, es ist unsere Mutter und unsere Oma wollt uns wiederbeleben und wir sind jetzt in diesem, sie sitzt in dieser Puppe gefangen und sie kann quasi jetzt nur noch der Familie dienen, dass es der gut geht, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Dankeschön, Vanessa Royale. Oh oh. So, after bringing one back in a different form. Also, nachdem man ihn also in einer anderen Form zurückbringt, the user gets cursed to become a noctambulant spirit after they die. Also sie werden quasi so ein noctambulant Geist, nachdem sie gestorben sind. Ja, girl. Da schläft ihm Oma. Hier ist noch ein Buch. Grandma's Diary, Omas Tagebuch. Jetzt werden wir es rausfinden. 4. Februar 2004. Carrie is still extremely distraughted from the incident. Also Carrie ist immer noch extrem fertig vom Vorfall. It has been noch, es ist jetzt schon ein Jahr her. And even I cannot say I am not still very much affected by the loss of my very own granddaughter. Und selbst, and even I cannot say it. Also selbst wenn ich es nicht sagen kann, ich bin immer noch sehr davon betroffen, dass ich meine eigene Grandtochter verloren habe. Nedrick looks very stressed whenever I go over, so I'm trying to give them the... Also Nedrick, was Nedrick sieht sehr gestresst aus, immer wenn ich rübergehe. Aber ich versuche ihm deswegen etwas freiraum zu lassen. Wer ist denn Nedrick? Carrie has been writing once in a while to me, but this particular letter today was strange. Also Carrie hat mir eigentlich immer geschrieben, aber heute der Brief, den sie geschrieben hat, war sehr seltsam. Sie wirkte sehr hoffnungsvoll und glücklich. I hope this will finally be heading in the right direction. Ich hoffe, dass es jetzt endlich in die richtige Richtung geht. I hope my sweet daughter will finally be back to how she was before. Ich hoffe, dass meine Mutter, dass meine Tochter, süße Tochter, wieder das sein wird, was sie einmal war. Ah, da habe ich sie schon, hat die Oma schon versucht, sie wieder zurückzubringen. Es ist also tatsächlich unsere Mutter. Ähm... There has been no letter ever since. I'm still writing to them, but they have not gotten back to me. Okay, also es ist bis heute kein Brief wieder angekommen. Ich habe ihn immer noch geschrieben, aber es kam kein Brief zurück. Maybe after sending that letter, they went on... Vielleicht nachdem ich... Vielleicht nachdem ich den Brief, nachdem sie auf den Trip gegangen sind, kommt vielleicht was zurück. It's all for... Es ist alles zu deren Gunsten. 6. Juni, 18. Mai, 4. Februar. René ist bestimmt gestorben oder so und wurde dann zurückgeholt. Sie hat über Renés Tod gesprochen. Ach, über meinen Tod? Warte mal. Cary is gene as a daughter from the incident. It has been a whole year and even I cannot say I am not serial affected to the loss of my... Granddaughter! Oh Gott, bin ich doof! Ich bin tot! Ich bin tot! Granddaughter! Oh Mann! Ich bin tot! Und die Tochter, die Mutter ist Cary. Das heißt, ich bin wahrscheinlich gar nicht tot. Und es hieß ja auch, zur Beerdigung kamen ja nur die alte Dame und nicht meine Eltern. Also das heißt, die Eltern leben. Ich bin tot. Also bin ich dieser Spirit oder was? Hä? Ja, sie hat ihre Enkelin Granddaughter. Ich habe gerade auch Daughter aus der Sinnoh gelesen. Also bin ich tot? Nein! Ich bin tot. Das ist ja voll traurig. Oh je, jetzt muss ich mich selber ausradieren. Oder? Habe ich es richtig verstanden? Es tut mir leid, ich bin manchmal ein bisschen nervös, wenn ich für so viele Leute, die zuschauen, Englisch übersetzen und sprechen muss. Hihi. Ah, jetzt. Okay, wir haben noch nicht fertig gelesen. Ähm, was da tatsächlich... Ah, hier genau. Also hier ging es dann weiter. 4. April. However, I must attend the funeral and I must find out how the gone... Wo haben wir jetzt hier? Also, hier geht es weiter. Ach, alles ist so schnell passiert. The news of the passing of my daughter and my son-in-law arrived just before dawn. Oh! The news of passing of my... Sind die auch gestorben, nachdem mein Sohn und ihr... My son-in-law arrived just before dawn. That was not the only thing that I was informed of. I was told to fetch that child, my granddaughter, as I'm the only next of... ...kin left. How? I'm still unable to come to terms with what is happening. Also... Oh je. Also sind auch gestorben. Als die News mich erreicht haben, dass meine Tochter und mein Schwager oder mein Sohn... Wie sagt man nochmal, wenn jemand verheiratet wird, mein... Mein... Wie... Wie nennt man das? Wenn du jemanden... Wenn jetzt ich meinen Partner heirate, ist der von meinen Eltern. Son-in-law. Ähm... Haben mich quasi kurz bevor der Sonnenaufgang war, erreicht. Also sind alle gestorben. Schwiegersohn. Genau, der Schwiegersohn. Achso. However, I must attend... Ich muss die Beerdigung quasi organisieren. Und ich muss einen Weg finden. Ich muss... And I must find out what has been going on. Ich muss herausfinden, was passiert ist. I have fetched my granddaughter. It was my little Renée indeed. But at the same time, it did not seem to be her. Heißt fetched, beschworen. Oder verflucht. Oder was sie auch immer gemacht hat. Meine Enkelin. Denn es war meine kleine Renée in der Tat. Aber irgendwie in der selben Zeit... Zur selben Zeit wirkte sie doch einfach ganz anders. Und war es doch nicht. Sie hat mich nicht erkannt. I can only play along until I find out everything about it. Und ich kann erst weitermachen, wenn ich herausgefunden habe, was passiert ist. Meine liebe Carrie. Was zur Hölle ist passiert? Ich kann es nicht glauben. Dass meine... My daughter ist... Dass meine Tochter so gestorben ist. Okay. Abgeholt. Ach, sie hat sie abgeholt. Gefangen, geholt. Last night something very, very unusual happened. I had gifted Renée a lot of dolls. Also es ist gestern etwas ganz krasses passiert. Ich habe meiner Tochter Renée ganz viele Puppen geschenkt. Nachdem ich gesehen habe, wie sehr sie sie mag. But when I went out of... Also als ich rausgegangen bin, um ein Glas Wasser zu holen, ist eine der großen Puppen einfach herumgelaufen. Wie auch immer. Ich habe nichts... Sie hat mir nichts getan. Regardless, um ehrlich zu sein, ist das einfach nur verrückt. I have to keep Renée to her bedroom at until night, until I have found... Ah, deswegen muss ich Renée in ihrem Bett behalten, bis ich herausgefunden habe, was das mit der Puppe auf sich hat. Aber warum greift die Puppe mich dann an? Weil sie quasi mein Leben, das ich zerstören möchte, dass es nur noch sie gibt? Okay, die Polizei kam, die Polizei kam heute. Sie sind hier, um mir Dinge zurückzugeben. Und persönliche Gegenstände von Carrie und Nedricks Haushalt, die sie für ihre Investigation gebraucht haben. Ähm, one of them was an old red book with parts of it torn out. Also eine davon war ein rotes Buch, in der Seiten herausgerissen worden sind. After reading it tonight, I found out that the door was Carrie. My beloved daughter. Nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich herausgefunden, dass eine der Tochter... Ach, das ist die Puppe. I found out that the door... Also die Tochter ist doch die Carrie. My beloved daughter. She's, die ist immer noch hier. Ich habe auch herausgefunden, dass meine Enkeltochter ist, die am Leben ist. Carrie did something. Also Carrie hat etwas unver... Also etwas getan, was man nicht vergeben kann. Oh. How much pain she must be going through to resort to this. Wie viel Schmerz muss sie getan haben, um das möglich zu machen? I still have to keep Renée... Ich muss Renée in ihren Raum behalten. Until I find the remaining section. Bis ich die fehlenden Teile aus dem Buch gefunden habe. I will have to look through the book again. Ich muss das Buch nochmal durchsuchen. So als es das war, dass Becky ist meine Mama. Und Großmutter wusste das alles. Ist das, warum sie Becky hier herumlaufen lässt? Aber... But why does she still have... Aber hat sie mich hier immer noch? Even though she's... She knows that I'm not her real... Also auch wenn sie weiß, dass ich nicht ihre echte Enkelin bin. Even though I'm... Selbst wenn ich ein Outsider bin. Ach, deswegen bin ich ein Outsider. Weil deswegen will mich die Mutter töten. Ich sollte nicht auf meinem Raum sein. Es ist zu spät. I need to get back to my room before... Okay, ich muss schnell in meinen Raum, bevor Oma wieder aufwacht. Also kurz mal zusammenzufassen. Ich hab's richtig verstanden. Die Oma wollte mich wiederbeleben. Hat mich mitgenommen. Und hat irgendwie was getan, dass ich wieder lebe. Dadurch ist aber irgendwie... Ein Fluch auf die Puppe. Und das ist jetzt die Tochter, also die Mutter von René. Die jetzt hier rumstreunert. Und warum erkennt die mich jetzt nicht als Familienmitglied an? Weil ich eigentlich tot bin, oder? Da muss ich irgendwie zurück in mein Zimmer. Nein, die Mutter hat René wiederbelebt. Danach sind die Eltern gestorben. Die Mutter glaube ich nicht. Die Oma hat dich wiederbelebt. Ach so. Nein, die Mutter hat sie wiederbelebt. Ach so, deswegen fehlen die Seiten aus dem roten Buch. Und dadurch ist die Mutter jetzt in dem Körper der Puppe gefangen. Aber warum greift dann die Mutter mich eigentlich an? Weil eigentlich gehöre ich ja zur Familie. Die Oma und Mutter haben komische Puppen vorlieben. Bin ich die richtige Enkeling? Hä? Ja, irgendwie ist es doch weird. Ich bin doch auch noch nicht die richtige Enkeling, ne? Weil du dich nicht wie die lebendige Enkeling verhältst. Du hast deine Oma nicht erkannt. Stimmt. Ist also wie, als wenn man jemanden klont und der einfach nicht mehr der gleiche ist, oder? Oh oh. Etwas kommt. Ich muss mich verstecken. Oh mein Gott. Oh Gott. Grandma. René. Was machst du unter dem Bett? Du hast deinen Raum ja nicht verlassen, oder? Nein, ich war hier die ganze Zeit. Ich habe mich nur... Ich habe nur Angst. Ich weiß nicht, wovor du Angst haben musst, meine Süße. Ist das wirklich wahr, Großmutter? Natürlich. Du musst doch dir keine Sorgen machen. Hast du wirklich deinen Raum nicht verlassen, René? Nein, habe ich nicht. Na gut. Grandma fühlt sich, äh, feeling a little under the weather. So einmal. Okay. Ach, ich muss mich jetzt wieder zurückziehen. Mir geht es nicht gut. Ich gehe zurück ins Bett. Du solltest jetzt auch schlafen gehen. Warte, Großmutter. Was ist René? Glaubst du, dass ich geliebt werde? Natürlich, meine Süße. Warum fragst du? Nur so. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach so, sie fragt jetzt, ob sie geliebt wird, weil ihre eigene Mutter sie ja eigentlich nicht liebt. Ne? Das ist voll traurig. No. So. Okay. Meine Mutter hat mich gejagt, weil ich ein Outsider bin. Und Großmutter kam her, hier so schnell her. Sie, ach so, kam her so quickly. She must have not. Okay, meine Oma kam her und sie wurde nicht gejagt. Weil sie zur Familie gehört. Ich aber nicht. Grandma hat gelogen. Also, wir gehörten nicht zur Familie. So. She doesn't see me as a family. Sie sieht mich nicht als ihre Familie. Ähm, aber ich bin mir sicher, sie liebt mich. Sie versteckt etwas. Soll ich antworten? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Entscheidung, wie das Ende ausgehen wird jetzt, oder? She doesn't see me as a family. Äh, she's hiding something, but I'm sure she loves me. Sie versteckt etwas von mir. Aber ich sag, ich sag zwei. Well, Grandma wusste von dem all die Zeit, aber ich glaube, but still allowed me, aber sie glaubte, dass ich das, aber sie erlaubte mir trotzdem hier zu sein. Sie hat mich hier eingesperrt, um mich sicher zu halten. Wie konnte ich nur an ihr zweifeln? Mama hat mir auch mal gesagt, dass wir immer in meiner Familie sind und immer geliebt werden. Und was ich jetzt, äh, what I need to do now is to believe in. Und was ich jetzt tun muss, ist in sie, äh, zu glauben. Und, äh, nicht Grandma in noch mehr Ärger zu bringen. Die letzte, äh, der letzte Teil vom Buch, der von dem Grandma geschrieben hat, die sie nicht hatte. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind. I knew all along. Ich weiß, wo sie sind. I need to get to play in my room. Ich muss in meinen Playroom gehen. Okay. Was? Ich muss in meinen Playraum? Jetzt geh ich ja schon wieder raus, ich gruseliges Kind. Ich glaube, Oma liebt mich auf jeden Fall. In meinen Playroom? Aber warum? Oh, Chapter 3. Wie war denn das jetzt? To release the trap, oh, um den Geist vom, also den, den gefangenen Geist vom Noctambulant Spirit freizulassen, simply soak the charm in unclean water. Ich muss quasi diesen Charm, den ich hab, in unsauberes Wasser rein, äh, äh, Water turns unclean when touched by other spins. Das Wasser wird quasi unrein, wenn es von anderen Spirits angefasst worden ist. Ähm. When the incarnations on the charm are smugged and corrupted, the charm will then be needed to be placed anywhere on the object of which the soul is trapped and the witcher is complete. Und da muss ich den Charm auf das Objekt machen, wo der Spirit quasi drinnen ist. So. It is noted that the water used to soak the charm will start to corrupt. It starts the movement, it comes into contact with charm and it's extremely dangerous for humans. Ähm. Saturate the water with salt and dispose of it after the ritual is done. Unclean water, unreines Wasser. Wo kann ich das finden? Drüber pinkeln. Okay, kann ich verstecken. Wahrscheinlich die Puppe. 100 pros ist René's Doll. So. Da muss ich jetzt mal irgendwo hin, wo es Wasser gibt, Leute. Let's go. Die Seele von der Mutter wird dann befreit. Ich glaube, dass die Seele der Mutter an der Puppe hängt, an dem Kind. So cool das Spiel, oder? Oh Gott. Nein, das ist nicht cool. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse sie so sehr. Haha. Hab ich nicht gesehen. Die kommt aber jetzt gleich nochmal, oder? Oh scheiße. Oh, 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 oh. Shit, ich muss mich da hinten rechts hin wahrscheinlich. Oh Gott, lass mich. Ich komme schon gleich rein. Ich komme schon gleich rein. Ja, I know it. So. So, dass wir ein bisschen weg ist und dann rennen wir. So, ich hoffe, diese... Äh. Hab ich aber nicht gesehen. Oh Mann, die soll weg. Ich will, dass sie weg geht. Kann ich halt nicht an der vorbeigehen, oder so? Sie lunzt jetzt nicht gleich rein. In solche Türen kommt die eigentlich nie rein, ne? Ah, jetzt kann ich gehen. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend. So, jetzt aber. Let's go. So, jetzt aber. Nein! Okay, hier kann ich mich verstecken. Das ist gut. So, da haben wir es. Und wo müssen wir das jetzt hin tun? The once lifeless paper, paper charm now after being soaked in the bathtub gives off an anonymous energy to give up but took it away. Okay. Now I just need to go back to the doll room and wait for Becky. Oh Gott, okay. Wir müssen zurück in den doll room und auf Becky warten. Okay. Ist ja voll nicht bruselig. Also, ironisch gemeint, dass ich jetzt auf sie warten muss. Oh Gott. Hilfe. Ist hier nicht das Spielzimmer gewesen? Oh Gott, da wartet die ja schon auf mich. Oh Gott. klatsch. Es wird mir so leid, Mama. Ich habe es getan. Diesen Tag fand ich etwas heraus, das ich nicht mehr herausfinden sollte. Mutters Studienraum wurde, war mit Noten, also mit, mit Notizen und Studien hinterlegt, also quasi, wie man, wie sie quasi ihre Tochter zurückbekommen kann. Das Buch hatte alle Informationen. Once that will take everything from me, das alles von mir wegnehmen wird, die ganzen Notizen, werden alles von dir wegnehmen. Ich hatte so Angst, dass es passieren würde. Ich musste tun, was getan werden musste. Also habe ich es mit, so I hit it in something precious. I brought it everywhere with me. Ich nahm es überall mit mir mit. Selbst zur Beerdigung hat, als ich war verletzt, ich hatte Angst. Ach, das musste die Puppe immer mit mir haben, nur für den Fall. René, lass uns nach Hause gehen, bin ich für alles verantwortlich? Those kind words of grandma did one. Das sind die Wörter von Oma, die mich wirklich erwärmt haben. Es war dumm von mir to be held up by silly thoughts, dass mich diese verrückten Gedanken gehalten haben. Mami und jetzt Großmutter. Sie kümmern sich um mich und ich muss mich um sie kümmern. Sie hat ja gesagt, sie mag keine Spiegel. Ich hasse immer Spiegel, weil sie mich daran erinnern, reminded me of what, daran erinnert haben, was ich nicht bin. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Es ist ein neuer Morgen und ein neuer Tag beginnt. Das ist das echte, das wahre, der real beginning, das wahre, der wahre Neustart. GameCreators, Jutsu View, richtig geiles Game. Richtig, richtig, richtig geiles Game. Richtig toll gezeichnet, aber ihr könnt auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was wir jetzt falsch verstanden haben. Meine Fragen. Also Mutter und Vater waren am Leben. Ich habe mich nur gewundert, weil sie am Anfang erzählt hat, alles war so toll und auf einmal war sie bei einer Beerdigung. Das heißt, die Mutter hat sich da dann schon für sie geopfert. Das heißt, Mutter und Vater sind aber doch auch an irgendwas gestorben, weil Vater war ja auch tot. Heißt das, die Mutter hat auch versucht, den Vater zu töten, um die Tochter wieder zu beleben? Weil was hat der Vater damit zu tun? Wisst ihr, das verstehe ich nicht so ganz. Aber es war ein richtig geiles Game, auf jeden Fall. Und dadurch, dass die Tochter wiederbelebt worden ist, war sie halt nicht mehr dieselbe, wurde von der Mutter auch nicht erkannt und hat auch die Oma selbst nicht mehr erkannt. Also so, wie es ja irgendwie, eigentlich wie wenn du jemanden klonst. Sieht nur so aus, aber ist es eigentlich nicht. So ist gerade mein Feeling ein bisschen. Du bringst jemanden zurück, aber der Geist erinnert sich auch nicht mehr. Eigentlich stand aber im Buch, dass man sich auch erinnert, dass die Erinnerungen an einen Gegenstand gebracht werden müssen. Heißt das, es ist die Puppe, die dafür sorgt, dass quasi die Erinnerungen zurückkommen. Vaters Tod, Mutter durch die Wiederbelebung in der Puppe gefangen, denke ich. Und diese, vorhin war das so, dass man die Gedanken, die Erinnerungen der Toten an einen Gegenstand festmachen muss und nur dann erinnern sie sich. Kann es sein, dass es die Puppe ist? Es gibt viele Fragen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr es verstanden habt, ob wir es falsch verstanden haben, wie ihr es interpretiert. Würde mich sehr freuen. Und Leute, wenn ihr mehr solche Games kennt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich möchte mehr davon spielen. Und ich sage vielen Dank, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt raus! und dann auf und jetzt auch Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.